Hündnis eingeschaltet, Habts und Schoder, bin dabei, sind im Moment im Chat, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Du musst kurz meinen Bauch kratzen. Irgendwie juckt dir der. Der Bauchkratzer. So warte, warte ruhig. Ach, Crossbow, ja. Den hab ich bei. Ja, okay. Infield. The Kingsnake. Habt ihr Anti-Gift bei? Gebe ich zweimal Heilschutzen mit, wow. Sehr gut. Nein, hab ich nicht. Okay, dann pass auf die Wolken. Ich hab mir das von 29k nicht leisten. Mhm. Ich hab 26, apropos Snob. Was ist denn da? Da ist gar nichts. Da lohnt sich gar nicht herzukommen. Da ist wirklich... Hi. Warum sagst du mir nicht, dass da was ist? Ich hab doch gepinkt. Nein, du hast... Nein, halt nicht. Du hast Wundersgesang. Der hat gepinkt. Das ist immer diese Vorhaltung, die ich hier bekomme. Wo ist denn das jetzt gewesen? Da oben in dem Dings. Da oben in dem Raum, da oben. Ja, 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 da oben. Da hinten irgendwo da hinten, ja. Hallo. Wenn du um die Ecke rumgehst, dann findest du das. Oh? Mal zurückgehen, jetzt rechts rum. Rechts in den Raum. Ach, da. Ich hab 50. Geil. Ich auch. Moses. Hey, nice. Hattest du noch nicht. Gerne. Was war's denn? Ich weiß nicht, was es war, aber gerne. Das ist schon mal gut. Findest du, dass man neugierig ist? Was war's denn? Ja, hier ist noch ein Crocodile-Dings. Ach so. Ja, nimm mal mit. Lego Batman. Oh. Oh, cool. Ja, dann. 165. Okay. Ja. Gut, da wird halt da unten irgendwo der Klimbim hier sein. Hallo. Hier ist ein Dings. So ein Teil hier, oder auch immer. Wir sind halt so ein paar neuere, ältere Spiele. Auf jeden Fall. Also Keys. Genau. Wir wissen aber immer nie, weil es vorausgeben, weil es sind einfach, äh, random Keys so. Ähm. Die aufgeschrieben sind, weil sie nicht. Wirklich. Wirklich sehr gerne. Die machen auch echt Spaß. Das stimmt. Das soll ja auch eine Überraschung sein. Das stimmt. Ach, Batman. Äh, Batman sag ich, äh. Die Lego-Spiele haben auch echt mal Spaß gemacht, so. Beste ist immer noch Lego City Undercover. Da ist noch Nachschub. Früher mochte ich, ähm. Jetzt hab ich Gipschützi. So. Ach, dieses Mario-Kartartige, wo du dann deine, äh, Tangen bauen konntest. Warte. Was ist denn jetzt passiert? Der Dick haut mich einfach rum. Sonst hat er den mal geschafft, aber ich hab den nicht wegbekommen. Warte mal, geh mal weg. Was hattest du von, 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 von Dings Mario Kart? Es gab doch diese, die Lego-Kartartige früher. Gott. Der konnte doch deine, deine Tangen bauen. Mhm. Das wusste ich aber gerne. Ich glaub, das war einer der ersten Spiele überhaupt. Dankeschön. Bitte. War das nicht einer der ersten, war, äh. Da hab ich meine Cool-Dynamit-Stange verbraucht. Die ersten Lego-Spiele überhaupt? Hm. Der erste Lego. War das nicht Ende der 90er? Also ich kann mich, ich kann mich an, ich kann mich an ein ganz altes Lego-Spiel erinnern, wo du dann noch so, deine, deine Stadt mit der Lokomotive und so bauen konntest. War das so eine Insel? Hm, da gab's verschiedene Maps, also das war sehr alt. Sehr, sehr, sehr alt. Ja, ich glaub, das kenn ich. Ich dachte, das meintest du schon, weiß ich Gott gar nicht, was du meinst mit Autos bauen. Kannst du ja nur so Lego, äh, Lego City bauen, keine Ahnung. Okay. War nur so 2D-mäßig so, so ähnlich wie. Boah. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Das ist sehr lange her. Naja. Das müssten auch einer der ersten Lego-Spiele überhaupt sein. Also ich glaub, ich glaub, somit das Wichtigste war auch dieser Zug, den du da durchgezogen hast. Boah. Ey, ich hab keine Ahnung mehr. Da ist doch das. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, dass da eine Insel war. Und überhaupt, du konntest auch nicht viel machen. Das ist schon schon 25 Jahre her. Ja, muss 25 Jahre her sein. Zumindest damit der Insel, was ich weiß und... Also jetzt gibt's auch ein neues. Was so, wo du selber so Autos zusammenbasteln kannst und auch so rumfahren kannst. Das ist aber relativ neu. Das ist bestimmt der Nachfolger davon. Das kann gut sein. Äh... Moment. Wieso wird mir wieder nichts angezeigt? Ich mag Stüme-Elements nicht. Wow. Hilfe. Komme. Ja. Ich bin tot. Koko, Sokos. Sokos. Ich hoffe, ich hab einen Namen richtig ausgesprochen. Ganz schön. Für die Verlängerung. Oh. Oh Gott. Für den Sub. Du kriegst vielleicht noch einen Key von mir. Wir kommen. Oh. Ich hab den Doppelschuss abgekriegt, ey. Ich hab den Doppelschuss abgekriegt, ey. Ja, aber irgendwie hatte ich das... Ja, kann auch wieder mit einem Sound sein. Und ich dachte, da wär noch irgendwo einer rumgelaufen. Hallo, Koko. Danke schön. Koko, Soko. Ja. Okay. Ist das in Ordnung, wie ich die Koko nenne? Koko, Sok. Koko, Sok. Achso, warte mal. Ich hol dich mal hin. Dankeschön für die Verlängerung. Und du kriegst gleich auch noch einen Steen Key. Moment. Ich hoffe, das ist in Ordnung heute eben kurz. Dankeschön. Wie geht's? Danke fürs Reinschalten. So. Oh Gott, ich huste. Uh. Ich hab mal irgendwo das Ding hier mit. Soll ich irgendwann nachluten? Äh. Ne, leider nicht. Oh, lootet ruhig. Mist, mir fehlen zwei Balken. No. Ich hab aber nicht geändert, du gebrannt hattest. Die war aber sehr schnell dabei. Äh. Meine Füße. Na, ich wollte auch nichts sagen, weil ich wollte sie nicht unter Druck setzen, deswegen hab ich einfach nichts gesagt. Ja, alles gut. Ich hab halt gar nicht mitgeschickt, ich dachte, wir gehen hier ab. Haben die irgendwas cooles bei Ihnen, ne? Ich hab auch nichts gehört. Es war... Ja, ihr könnt die ruhig looten, wenn ihr wollt. Ja, ich hab zweimal gelootet, also. Ich hab jetzt zweimal gelootet. Ich schick dir sofort den Key. Warte, kriegst du einen Random Key? Da ist der Chat. Moment. Äh, warte, flüstern. So. Viel Spaß ist ein Steam Key. Random Steam Key, wir wissen gar nicht, also... Genau. Kannst gerne sagen, was es dann war, oder... Wenn du es stoppelt hast, darfst du es gerne verschenken. Genau, einfach weiter verschenken. Habt ihr alle Gute? Ne, der ist doch. Kann man jemand anderes vielleicht auch noch eine Freude machen mit. Genau. Äh. Geht, habt ihr doch schon. Ist da oben irgendetwas? Windfiel... Heilung... Ja, da draußen ist nix. Ne. Ja. Also mit der Slug solltest du jetzt, glaub ich, genug Damage bekommen haben, Moon, mit der Quest. Ist das... Na... Achso, warte mal, du bist die andere Richtung. Ich hab noch eben... Achso, ihr seid da, ich hab grad extra für die Hinweise geholt, denn ihr tut weg. Achso. Achso. Ja, wir waren grad noch am... Looten und Sammeln und alles. Achso. Ich dachte, Cookie ist hier. Was man gar nicht mehr kaufen kann. Was hast du denn bekommen? Echt? Was hast du denn bekommen? Dann hast du ja... Dann hast du ja echt ein seltenes Spiel, dann... Also was hast du denn seltenes, aber... Limitiertes mehr oder weniger dann. Was hast du denn bekommen? Oh, ich hab dann eine. Das sind alles Spiele, die ich mal... Der hat drei Complete Edition. Okay. Ja, dann, äh... Vielleicht ist es was für dich. Und wenn nicht, hast du jetzt noch ein Spiel, was die müssen. Na, Glückwunsch. Ja. Wüsste ich gar nicht, was das meint. Und... Wie gesagt, ich hab eigentlich... Die Liste ist auch schon... Da sind neuere Spiele bei. Da sind aber auch ältere bei. Ich hab schon ein paar Jahre. Und ich hab immer mal wieder Spiele draufgepackt. Aus... Bundles, wo ich dann Spiele von hab. Deswegen, äh... Genau. Okay, ich seh da oben drauf. Eine Hive. Einfach fossilen ausgraben, ja. Das hab ich so. Alter, die Hunde. Na ja, wie soll ich... Die Liste bin schon so lange... Ich mach mal kurz die Hive da oben weg. Alter, die Hunde war mir fertig. Was irgendwie oben auf dem Dach bleiben will. Kann grad zumindest erstmal nichts sehen. Hier sind, äh, nochmal... Oh Gott. Mann. Rein. Hier ist irgendwas laut. So ein, äh, Trade. Event Trade. Mhm. Okay. Der ist irgendwo unten. Mach ja mal ein Fenster und ein paar Pfeil nehmen, dass ich in die Welche einfach reinjumpen. Warte, ich hab hier... Oh. Woher weiß er das? Ach, weil er schon das aufgehoben hat. Er hat oben ein Fenster aufgemacht. Ich hab da Gift hingemacht am Fenster. Ich hab da Gift hingemacht am Fenster. Ich hab da Gift hingemacht am Fenster. Zettel. Oh mein Gott. Hat nen Hit? Ja, ist durch Gift gelaufen. Oben irgendwo. Muss ich mit dem Heilung rücken. Oh Gott. Kommteten runter. Bei mir den Gang gelang. Das kann doch nichts sein. Alter, warte, damit hat er damit nicht soviel Damage gemacht. Womit? Oh, pass auf. Ich glaub einfach nur ne Springfield oder was? Oh mein Gott! Nice! Dann hol uns noch mehr! Mach die Tür einfach zu Ragoon! Nein! Genau jetzt kommt er um die Ecke. Ach man ey! Schön! Reloaden! Oh nein! Mama! Nein! Was? Ja schade! Nein! Nein, da hat er noch... Das war der letzte! Dann wäre keiner mehr auf dem Server gewesen! Nein! Das war der letzte! Ach Gott! Das ist denn heute zu spannend! Das mache ich eigentlich jedes Mal so! Das ist ja schrecklich! Das ist ja noch zu spannend! So! Machen wir da fünf! Eins zu feier ziehen! Und 20 Bloodborne! Schön! Und 100 Bloodborne! Schön! Nein! Und 750 Eventpunkte! Schön! Falls ihr gefallen habt, dann lasst gerne einen Like da! Abonniere nicht vergessen! Nochmal um 13 Uhr schauen und wir dann schalten! Tschüss! Tschüss! Tschüss!